Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Anime-Review. Heute behandeln wir den 19 Jahre alten Anime Kitty Great, welcher 2003 das erste Mal in Japan erschien. 2007, also vier Jahre später, kam das Werk dann in Deutschland zu uns, um nun 15 Jahre später erstmals auf Blu-ray durch Hardball-Films wieder hierzulande zu erscheinen. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens an Hardball-Films, die uns beide Volumes freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Wie ich diesen Anime finde, was ich zu kritisieren habe und mehr erfahrt ihr in diesem Video. Also, los geht's! Kitty Great spielt in einer weit entfernten Zukunft, in welcher sich das gesamte Universum gegenüber der heutigen Zeit sehr stark verändert hat. Die Menschheit hat sich augenscheinlich weiterentwickelt und die Kolonisierung verschiedener Planeten begonnen. Eclair und Lumière, die Protagonisten der Serie und zudem zwei hübsche junge Mädchen mit übernatürlichen Kräften, sind Mitglieder einer galaktischen Eliteeinheit. Sie arbeiten für die Föderation der Planeten und müssen sich dabei den Herausforderungen stellen, welche der Kampf für ein friedliches Universum der Zukunft mit sich bringt. Nach einem Sieg über die Terroristen, die das Hauptquartier der galaktischen Wirtschaftsorganisation GOTT angegriffen haben, besteht ihre Aufgabe nun darin, die Ordnung in der Galaxie zu verteidigen. Wie bereits im Vorfeld gesagt, hat das Werk schon einige Zeit auf dem Buckel, was aber die Geschichte nicht schlechter macht. Der Wunschgedanke, dass die Menschheit eines Tages die Galaxie besiedeln könnte, ist nämlich auch fast 20 Jahre nach dem Erscheinen dieses Werkes aktuell und die Prämisse dahinter aktueller denn je. Die beiden Hauptakteure Eclair und Lumière haben es nämlich nicht nur mit Terroristen und Verschwörungen, sondern auch mit dem Thema Menschenrecht zu tun. So wird innerhalb einer Mission der moralische Kompass der beiden getestet, als ein Planet mit einem Arbeiteraufstand zu kämpfen hat. Das Problem Eclair und Lumière, welche für die GOTT arbeiten, müssen gegen diese friedliche Demonstranten vorgehen. Dies ist einer der Schlüsselmomente, welche Eclair zum Überdenken ihrer Taten zwingt. Soll sie einfach weitere Befehle befolgen oder das Richtige tun? Kein einziger der 24 Episoden des Werkes war hierbei langweilig und in sonst einer Art und Weise überflüssig. Durchgehend erzählt Kitty Great eine spannende Geschichte, welche den Zuschauer fesselte. Leider wurde gegen Ende des Werkes allerdings der Erzählstil etwas wirr und nicht mehr ganz so einfach nachvollziehbar. Dies betraf aber nur wenige Episoden und beeinträchtigte keinesfalls die Geschichte als solches. An sich ist die Idee, so wie das Setting keinesfalls etwas Neues oder Besonderes. Gerade in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts wurde eine Vielzahl von Sci-Fi-Werken publiziert, so dass Kitty Great sich bezogen auf das Setting hier nicht abheben konnte. Dies ist aber nicht weiter tragisch, da das verwendete Setting trotz allem gut umgesetzt wurde. So wurde zum Beispiel darauf geachtet, dass es auch in der Zukunft verschiedene Arbeiterschichten geben wird und auch in einem anscheinenden Paradies nicht alles gut oder gar perfekt sein wird. Mit Eclair und Lumière besitzt das Werk Kitty Great zwei gut ausgebaute Hauptcharaktere, welche allerdings eine tiefere Hintergrundgeschichte verdient hätten. Diese wurde zwar mit einem späteren Film ergänzt, wäre aber in dieser ersten Staffel besser aufgehoben gewesen. Auch die Nebencharaktere sind keinesfalls uninteressant, was den Fakt, dass diese überhaupt keine Backstory bekamen und ledig Auftauchen und Gehen noch trauriger macht. Hier wurden lediglich Charaktere in das Szenario geworfen, ohne dem Zuschauer oder dem Geschehen einen Mehrwert zu bieten. Es mussten einfach Antagonisten und Verbündete her, weshalb man kurzerhand die einfachsten Charaktere, welche halbwegs passen und interessant sind, entwarf. Dieses wie bereits gesagt sehr schade und einer der größten Kritikpunkte, was mich angeht, für den Anime Kitty Great. Durch Harpoil-Films erschien ja jetzt erstmals Kitty Great hierzulande auf Blu-ray, was dem Werk nur gut getan hat. Trotz der fast 20 Jahre, ja, ich werde nicht mehr dazu betonen, wie alt Kitty Great eigentlich ist, gibt es bezogen auf die Bildqualität nichts zu bemängeln. Satte Farben mit einer guten Kombination dieser und einem tollen Charakterdesign von Magumi Kadono Sono machen einen Großteil des Animes aus. Aber auch die Mecha-Designs von Kanetaka Ebikawa und Tomohiro Karawihara sollen hier nicht vergessen werden. Die Animation als solches ist zudem guter Durchschnitt, logischerweise nicht zu vergleichen mit heutigen Werken, wobei es Kitty Great mit einigen Werken der letzten Jahre durchaus aufnehmen kann. Selten verwendet das Werk zudem Standbilder, wodurch die Kämpfe dynamisch wirken und der Fluss des Animationsgeschehens nicht unterbrochen wird. Fröhliche Anime sind einfach und bleiben Kunstwerke. Shio Hamaguchi, welcher zusammen mit dem Musikproduzent Shio Sasaki und JVZ Kenwood Victor Entertainment für die Musik innerhalb von Kitty Great verantwortlich waren, schafften es, den Anime mit stellenweise minimalistischer Arbeit Gekon zu untermalen. Diese Arbeit wird mit dem Opening Mirai no Kiyoki von Yuka sowie dem Ending Future von Little Viking ergänzt. Der Insatsong Hoshisora no Yurikago gründete das Ganze dann nochmals ab. Für die deutsche Umsetzung von Kitty Great war das Dodo Hamburg Synchron GmbH zuständig, welches zusammen mit den Synchronsprechern eine tolle Arbeit geleistet hat. So bekommen wir hier Stephanie Damari, welche ihr eventuell als Dorothy aus Princess Principle oder auch als Echo aus DLS kennt als Eclair zu hören. Mia Dikov, welche als Numera zu hören ist, werden aber die meisten von euch schon kennen. Ihre Stimme kennt ihr nämlich unter anderem als Miyuki Shiba aus The Irregular at Magic High School. Als Minime Uriyo aus Mirai Niki oder auch aus Awokana for the Rhythm Across the Blue, dort verhalf sie Minori Hosoka zu ihrer deutschen Stimme. Darüber hinaus sind noch viele zahlreiche Sprecher vertreten, welche mal mehr und mal weniger aktiv in der Anime-Szene vertreten sind. Ich habe euch mal die Synchronen-Kartei in die Videobeschreibung verlinkt. Schaut da einfach mal vorbei. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Synchronisation gelungen ist. Die Stimmen sind passend gewählt, deutlich und auch die Dialoge sind verständlich. Wie ist also meine Meinung zu Kitty Great? Das Werk ist zwar schon fast 20 Jahre alt, kann es aber trotz oder vielleicht wegen seines Alters locker mit heutigen Anime aufnehmen. Sei es auf die Geschichte, der Synchronisation oder auch dem allgemeinen Setting bezogen. Dieser Anime ist gut gealtert. Ich hatte meinen Spaß und war nach langem Trotz meiner Grippe damals gefesselt dabei. Klare Empfehlung von meiner Seite aus. Das war unser Anime-Review zu Kitty Great. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie am Abo sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke und stellt sie manuell auf alle Benachrichtigungen ein, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank nochmal an Hardball Films für die Bereitstellung des Anime. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao!